Alles klar, damit haben wir auch das fertig. So. Gut, damit bin ich eins zu weit rausgegangen. Bei dem hatten wir Insel Lettania, Nelly. Zeit, Levin. 30 Minuten werden. 8 Minuten fertig, 4 Minuten fertig. Gefahrfalle maximal einmal in den kritischen Zustand. Okay. Und machen wir jetzt hier noch die superschweren Quests. Gegen einen Eiszombie. Skarmiglione. Na, dann mal mal. Ja, wut. Awa. Awa. Nummer 2. Nummer 2. Quellen wir lieber ein bisschen weiter weg. Aua. Das hat gut zu mir. Nein, mach nicht. Das ist sehr gut. Jetzt müsste es reichen. Schmetterlingsklinge! Ah, ich wollte doch, äh, ich wollte doch gerade noch. Ja. Ja, ich schnitzel da einfach rein. Es ist tatsächlich gerade egal, welcher zeitlich fertig wäre. Ja, das war zu lang, das war zu früh. Egal. Das ist so cool. Okay. Oh, alles fertig, ich bin ja begeistert. Ich habe tatsächlich nicht einfach alles abgeschlossen. Level up, level up. Ui, wir haben Level 70 gemacht. Nein. Wie gut ist das denn? Schneekissen, Ödnisarmstütze, Kitzung, Belastbarkeit. Sehr gut. Ja, es reicht für den S++. Sehr schön. Oh. Warum ist er denn so knapp vor Level 50? Rückkissen, Kuriosität und anderen Kram. Hm. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Hm. 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 Ich könnte... Hm. Siehst du ja noch ein Tagebuch, hätte es auch noch ein paar Sachen machen. Äh, ja. Ich brauche gar nicht so weit, ich brauche ja nur hier vorne hinlaufen. In der Star-Time. Ähm. Gibt es ein neuer Quest? Hm. Hm. Die Quests geben ja auch immer ganz ordentlich an XP. Direkt hier vorne bei dem Hoini. Tayyui-Tabe-Sing. Hi. 13.000 neue Quests später. Hm. Ich gehe nicht davon aus, dass das hier unten ist, oder? Hier ist die Quest, die wir schon hatten, aber noch nicht abgegeben haben. Dann gehe ich davon aus, dass irgendwo hier oben eine Quest sein wird. Ach, hier hinten wieder eine Ecke bei ihr. Ah. Quest annehmen und direkt abschließen. Kriege ich nicht auch XP? Brauchst du zum Teil eine Nebenquests erfüllt? Achso, weil ich das direkt abgegeben habe wahrscheinlich. Geben die Quests hier überhaupt? Äh, ich weiß es gar nicht. Nicht zu sein. Hier unten ist eine Quest. Wasserwirbelbesied. Gut, dann gehen wir mal einmal noch hier kurz das Dach bewerten. Greifenfeder. Und sui, eine Drachenschuppe. Sehr schön. Die Drachenschuppen brauchen wir zum Aufwerten von hochwertigen Ausrüstungen. Da oben ist die Quest, die fertig ist. Und da ist er Level 50. Sehr gut. Und hier müsste noch irgendwo eine Quest sein. Eine neue. Oder auch nicht. Nochmal weiter da drüben. Ich hoffe, hier ist nicht hin. Nein, 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 nein. Ah, ein Schloss näher. Was ist du hier so rum? No, da ist was Lilanes. Aufruf zum Wiederaufbau. Ach, hier. Desastererz und Zerstörungsresistenz. Nämlich Form. Okay, ähm. Gehen wir zum Quest-Schalter. Bin ehrlich, ich habe ein bisschen Respekt vor dieser, weil der doch relativ krass ist, der Junge. Ja, das ist natürlich eine Einzelqueste. Ich habe es geahnt. Ei, ei, ei. Ja, ich habe es geahnt. Ich werde die Ganda-Goh-Za geben. Und dann... Ich bin ruhig und schau dir. Na, ich bin ein Wettbewerb. Ich bin der Ganda-Goh-Za. Das ist der Ganda-Goh-Za. Das ist nicht so, was ich verletze. Oh, wann? Ähm, was ihr? Oh, hey, Herr! Ich will nicht hier so sein, was ich hier passiert? Ich bin nicht sicher. Ich bin ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Ich bin jetzt mal in der Welt der Welt. Das ist das Wettbewerb, das ist das Wettbewerb. Das ist das Wettbewerb, das ist das Wettbewerb. Das ist das Wettbewerb, das ist das Wettbewerb. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass ich die Römer nicht verstehe. Ich habe mich verstanden. Aber ich weiß nicht, dass ich die Römer nicht verstehe. Nicht wahr? Äh... 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 Nada... Oh ha! ich kann ja nichts drücken tatsächlich nicht damit das schneller geht ich vergaß ja ich habe ihn hat null gelevelt gott mir das nervig Ja. Ähm. Klar, natürlich. dann los wollte dann schwer das wird ein zerkampf ja 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 das ist so cool dass er das jetzt macht finde ich richtig das war der falsches aber wir haben schon bei 40 prozent das ist jetzt einfach nur noch ein zerk bett ja ich habe die leute hat nicht hoch gelettet und einzelkämpfe finde ich sowieso mal kacke das ist das ist es ist das ist das ist wir die da war ja auch wieder klar ach mann oh kann ich den das geht ich finde schon das ganze mal hätte ich gewusst dass ich sein ding ins sperr nehmen kann hätte ich was das i Ich hatte das, aber es hat sich nicht zufrieden. Wir haben, dass wir nicht zufrieden sind, dass wir nicht verletzen sind. Es war so ein激しい Kampf, dass wir nicht zufrieden sind. Ich war letztendlich... GANDA GAUZA! KOKONDOPPO, GANDA GAUZA! Ich finde das irgendwie süß, dass er einen Mega-Papi nennt. Das ist nur das. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Es ist nicht möglich, dass er das nicht möglich ist. Ich habe sie wieder darauf gedacht. Das ist die Wahrheit. Sie können auch eine Geschichte machen. Das ist die Wahrheit. 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 Ich bin schnell zurück und das Oigen. Ich bin der Fall. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wollen wir jetzt noch irgendeine Quest fertig? Nein, ne? Ähm... Ausrüstung in der Große. Das hat er alles. Das kriegt er bestimmt nicht. Ich kriege Draht. Das ist die Wahrheit. Waffe. Ich habe da noch einen Schwachstellenangriff. Das ist okay. Das stimmt. Ich habe hier eine andere Waffe schon mit ihr noch. Die aber schlechter ist an sich, weil sie noch nicht komplett aufgewertet ist. Aber die halt übel lustig aussieht. Eugen? Warum habe ich Eugen, den Leviathan-Schlot, nicht ausgerüstet? Das hätte einiges einfacher machen können. Aber... Na gut. Scheiße, gar nicht. Er kriegt irgendwelche Sachen. Ehe Latten. Die Leute, die Level 60 sind, sind eh erstmal durch. So, nehmen wir das Tagebuch noch. Äh... Trophäen. Sonstiges. Alles abholen. Stärke Kristallen. Sehr schön. Ja, Tagebuch nicht mehr lesen. Dankeschön. Gut. Beim Questschalter gibt es jetzt ja keine... Keine Schicksals-Episode mehr. Ne, ne. Damit würde ich aber dann tatsächlich auch sagen... Goldtickets. Wie kann ich eigentlich die Goldtickets nochmal ausgeben? Kann ich hier ja nirgendwo ausgeben, ne? Egal. Damit würde ich aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin erstmal reingehauen. Ciao, ciao. Boa.